So, liebe Freunde des guten Geschmackes. Ja, das ist die erste Testaufnahme mit dem neuen Headset, beziehungsweise dem Headset, das ich jetzt habe. Ich nehme meine Stimme jetzt separat auf. Quasi wie ein Live-Kommentary, als würde ich das nur so sehen und würde es einfach so aufnehmen und labern. Will mal warten, dass ich nachher mal alles zusammenschneiden muss. Und das Headset rutscht ein bisschen. Muss ich erst noch an meine Rübe anpassen. Äh, ja, dass ich das alles schön nachsynchronisieren kann. Oh Gott. Und das Ganze mal in Action habe. Level 52, da haben wir schon wieder einen 80er dabei, 2 80er. Ändern Sie Ihr Rufzeichen, um mit den Titeln und Emblemen anzugeben, die Sie verdient haben. Tabadadam. So, jetzt ist es in etwa bei der Hälfte angekommen. Das gibt mir einen kleinen Bezugspunkt. Und jetzt ist es am Ende. Gut. So, wir spielen natürlich also Soul mit der ACR und der Magnum. Das ist natürlich extremst geil. Schalten Sie die feindlichen Spieler aus. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass ich das machen muss. So, wo seid ihr kleinen Bitches? Kommt her. Come at me, Bro. Irgendwo liegt doch schon wieder einer und campt hier hin. Das weiß ich doch ganz genau. So, wir haben da hinten einen Starter vom Gegnerteam. Wow, wow, wow. Hier wird rumgeballert. Gut. Halbes Magazin draufgezogen. Pff, scheiß drauf. Hauptsache, es wird ordentlich geballert hier. Und ich muss nachher den Sound wahrscheinlich so verstellen, dass man mich überhaupt versteht. Aber who cares? I care a lot. I came a lot. So, wir fahren einfach mal eine Granate dahin in die Richtung. Alles explodiert und macht Bams. Gut, die Magnum ist auf dieser Entfernung nicht so schön. Die ACR nur, wenn man nicht getroffen wird und zielen kann. Wie ein Pro, was ich nicht kann. Solltet ihr ja mittlerweile mitbekommen haben. Ja, meistens bin ich in COD gar nicht so schlecht. Aber im Moment sack ich mehr so da rum. Ja, er kommt natürlich mit seiner derben MP. So, fress da was von. Fress da was von. Keinen angetitscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war da drin. Ach du Scheiße. Naja, wie gesagt, es ist nur eine Testaufnahme. Ich konzentriere mich eher gerade so auf meine Stimme. Als auf alles andere. Boah, warum hat er jetzt nicht gezielt und geschossen? Meine Fresse, ey. Ist ja geil. Immer wenn ich aufnehme, dann bin ich total scheiße. Worauf hat denn der jetzt geschossen, bitte? Ach, da auf den. Das ist wieder so ein Akimbo-Nutzer. Akimbo ist ganz schlimm. Ich mag Akimbo selber zum Spielen nicht so. Und ich bin halt echt, gegen seine LMG habe ich keine Chance. Das rotzt einen weg wie nix. Wir sind in Führung. Ich sehe aber jetzt auch keinen. Oh, er ist schon wieder mit seiner LMG. Ich fasse es nicht. Man hat einfach keine Chance, wenn man da einmal getroffen wird. Die nächsten zwei Treffer sind auf jeden Fall der Kickdown. Natürlich, natürlich. Habt noch ein letztes Gefecht. Scheiße. Ehrlich, ey. Ich habe ihn so schön geflasht. Aber ich mich auch selber, glaube ich. Hallo. Das ist doch einer von mir. Was zur Hölle? Ich sacke gerade so richtig. Und ich will da einfach nur meine Stimme nachher drauf schneiden. Kann doch so nicht angehen. Oh, bin ich denn bescheuert? Zur Hölle. Ja, schön. Wenn Sie hören, wie das IMS losgeht, dann ist es schon zu spät. Ich weiß. Deshalb habe ich mich auch gleich einfach in den Dreck geworfen. Was gar keinen Sinn hat. Hier sind die Noobs irgendwo. Da kamen Semtex angeflogen. Und ich weiß nicht, dass immer alle so dieselben Wege nehmen wollen. Schon wieder. Das ist nicht wahr, ey. Ehrlich, ich habe gerade überhaupt nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen quasi. Gesehen habt ihr schon was, aber ich bin so ein bisschen hier am Sterben so nebenbei. Aber ich habe ein paar Punkte gut gemacht. 2 zu 8 ist ja gar nicht mal... Fick dich! Jetzt kommt da auch noch die AHC überwachen. Scheiße! Kann mich nicht so schnell drehen! Lol. Hätte ich mal nicht so ein Schwein gehabt. Aufklärung Drohne Online bereit. Aufklärung Drohne Online. Wie fail war das denn gerade? Ach du Scheiße. Irgendwo her habe ich dann auch noch... Aufklärung Drohne Online. So, die geben wir auch noch dazu. Dann ist die schneller insgesamt. Nein! Nein! Ich wollte noch... Ich bin voll am rumlooben gerade. Nur weil ich aufnehme. Wenn ich aufnehme, bin ich richtig schlecht. Gestern mit Luxor gezockt und ich war richtig gut. Nein, natürlich nicht. Jetzt wird erst mal ein bisschen rumgenloopt. Ist klar. Wir müssen ja alle so ein bisschen verlieren. Scheiße. Das war falsch. Sind die jetzt alle tot? Ich bin out... Mann, ey! Ganz ehrlich! Das kann doch gar nicht angehen. Was soll denn der Scheiß? Meine Fresse. Und ich glaube auch nicht, dass das mit dem Nachsynchronisieren so toll klappen wird. Ich kann einfach nicht zielen, wenn ich auf Breitbildauflösung spiele. Das ist total schlimm. Meine Maus funzt dann nicht so wie bei 4 zu 3. Es kotzt mich einfach gerade nur an. Da! Ich kann überhaupt nicht hinterherziehen so schnell. Und das nur, weil meine blöde Maus nicht nachkommen will. Das ist echt... Das ist echt gemein. Das ist gemein. Meine Maus bewegt sich keinen Meter. Herrgott. Ja! Das hat total den Gegenhacker hier gemacht. Seid ihr zu blöd, um jemanden zu erschießen, ey? Oder laggt es bei mir einfach nur so? Es laggt total. Das bestimmt nicht nur wegen der Aufnahme. Nein, weil ich einfach zu dumm zum Spielen bin, glaube ich. Im Moment bin ich echt einfach nur zu dumm zum Spielen. Und ich will einfach nur einen töten. Ja, was sollte ich da jetzt machen? Entweder renne ich ihm vor die Flinte oder ich renne in die Granate. Oh! Na gut. Wir haben jetzt was zum Nachsynchronisieren. War nur eine Testaufnahme. Ich war wieder voll am Ablutschen hier. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Absolut nicht gut. Naja, wir sehen uns dann bald wieder. Bye, bye!